Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Reportagen still. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, warum ich die letzten beiden Tracks irgendwie verpasst habe. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe auch schon irgendwie die Tracks von Idos Haya verpasst und so weiter und so fort. Wir holen das natürlich nach. Jetzt gucken wir uns still an. Fake haben wir uns gerade gegeben. Ich nahe aber gar nicht lange um die heißen Brei herum, Freunde. Wir schauen in das Video rein, hören uns den Track an. Let's do it, Alter. Bekommen wir den deepen Reportagen jetzt zu hören. Klingt zumindest erstmal danach. Klingt zumindest erstmal danach. Das klassische Schwarz-Weiß-Bild haben wir auch schon. Aufnahmen aus einem fahrenden Zug. Es wird, denke ich, deep. Manchmal haben wir diesen Stillstand und das Leben ist wie Bilder ohne Filter. Wir sind alle frei in diesem Käfig und sorry an die Family. Ich melde mich viel zu wenig. Wir schieben Dinge auf, erledigen sie nie. Unser Wille, der ist stark, aber uns fehlt die Energie. Manchmal hat man diese Tage Melodies-Therapie. Melodies-Therapie. Die Tracks sind... Nice. Sehr schön. Kommt vor allem. Seine Stimme passt natürlich auch mega gut hier. Seine schönen, tiefen Stimmen, der rappt so. Kommt sehr smooth drauf. Sehr nice. Sehr nice. Gefällt mir. Manchmal hat man diese Tage Melodies-Therapie. Melodies-Therapie. Die Tracks immer hart und die Tracks immer sanft. Ich mach das, was ich will, aber niemals auf Krampf. Und erst in der Nacht, da kann ich mich entspannen. Denn erst in der Nacht fängt der Tag für mich an. Erst in der Nacht fängt der Tag für mich an. Kann ich ein bisschen fühlen. Ich bin auch so ein halber Nachtmensch. Also jetzt nicht so krass wie manch anderer, die ja wirklich die ganze Nacht quasi wach sind. Aber ich bin auch schon eher so ein bisschen irgendwie der Nachttyp. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß nicht. Die Leute, die das halt so haben, die nachts irgendwie viel aktiver sind und irgendwie total aufblühen nachts und voll produktiv sind und so. Die fühlen das wahrscheinlich. Ich bin auch irgendwie so ein bisschen so. Die Tracks immer hart und die Tracks immer sanft. Ich mach das, was ich will, aber niemals auf Krampf. Und erst in der Nacht, da kann ich mich entspannen. Denn erst in der Nacht fängt der Tag für mich an. Mache das für die Menschen, die meine Mucke wollen. Und wer weiß, vielleicht ist auch meine Mutter stolz. Ich bin ein ganz normaler Typ, ich bin ganz da auf der Bühne. Ja klar, bin nicht mal müde, aber dann sag ich mir. Immer weitermachen, habe keine Strategie. Sehr schöner Track meiner Meinung nach. Da sind jetzt nicht viele krasse Highlight-Zeilen dabei irgendwie. Sondern es sind einfach schöne, diepe Zeilen. Schön, entspannt, ruhig, smooth, gerappt, Alter. Kann man sich super entspannt geben, Alter. Alter, Alter, Alter. So. Ich hab jetzt alle Alters fürs Video rausgehauen. Vielleicht. Hoffentlich. Auf der Bühne, ja klar, bin ich mal müde, aber dann sag ich mir. Immer weitermachen, habe keine Strategie. Ich lass alles auf mich zu, komm wie im Anime. Meine Mucke, die ich mach, ist meine Galerie. Und ich flieg überm Beat, zieh durch die Streets. Und für so viele Dinge gibt es keine Garantie. Ich lass alles auf mich zu, komm wie im Anime. Meine Mucke, die ich mach, ist meine Galerie. Und ich flieg überm Beat, zieh durch die Streets. Und für so viele Dinge gibt es keine Garantie. Sehr schön, einfach. Einfach, das ist so ein richtiger Track, wo ich mich hinlege. Den mach ich mir an, Alter, dann komm ich komplett runter. Vor allem, weil seine Stimme halt auch einfach so gut dazu passt, ne. Der Beat ist auch wirklich sehr, sehr schön, Alter. Mit dem Beat würde ich echt gerne mal eine Nacht verbringen, Alter. Sehr, sehr schöner Beat, Mann. Und das sind die viel wichtigeren und schlimmeren Probleme als irgendwelche finanziellen oder materiellen Probleme. Klar, ihr müsst schon einigermaßen Geld haben, um euer Leben natürlich zu finanzieren und so. Aber vergesst mal dieses ganze Gucci, Prada und all so. Ach, ist auch egal. Ich labere da manchmal auch ein bisschen zu viel drüber. Aber ich bin halt nicht so ein materieller Typ. Klar, ab und zu mal, jeder hätte gerne ein schickes Auto. Und vielleicht hat man auch gerne eine schöne Uhr und so. Aber manche übertreiben es halt maßlos. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Real Talk-Zeichen hier, Alter. Fühl ich sowas von, Digga. Fühl ich so hart, einfach. Das ist ein Reportage-Track, der auf jeden Fall in die Playlist kommt, Alter. Holy Moly. Jetzt mal ehrlich, mal kurz, um von der Musik und dem Track wegzukommen. Kann das sein, dass er ein ziemliches Biest ist, Alter? Ich würde ihn wirklich so auf bestimmt 1,90 schätzen, locker. Und auch locker auf 100 Kilo oder so, ne? Der hat ein richtig breites Kreuz, der Boy. Ein schönes Ding, Alter. Nice, Mann. Habe ich gefühlt, den Track, wirklich. Sehr, sehr cooler Track, Mann. Chilliges Teil. Leute, bitte Supporter lassen. Ihr wisst Bescheid. Streamt den Song überall. Lasst beim Original bitte Like und Kommi da. Pusht das Ding ein bisschen. Link zum Original, wie immer, natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch einfach vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin, macht es gut oder rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao.